Ah, okay, okay, alles klar. Dann muss ich einen Zettel suchen. Okay. Okay, ich glaube, hier ist nix. Ich glaube, ich muss eins weiter runter. Boah! Boah, boah! Boah, hallo! So ein Penner. Boah, ey. Ich wollte mir diesen Monat mal keine Spiele kaufen. Und dann kündigt Nintendo die verdammte Mario 3D All-Star-Collection für die Switch an. Oh nein. Das war's dann mit mal kein Geld ausgeben, ne? Was? Oh Gott, ich hab zweimal nur nach vorne gedrückt. Oh Gott, ich Idiot. Steht sie hier irgendwo? Nö. Boah! Hans, Mann! Oh Gott, Mann! Oh Gott, Mann! Ich glaube, ich muss aus der Tür da raus, oder? Ah, ne, sie ist versperrt. Aber ich hab ja einen Schlüssel. Steff-Key. Ist das irgendwas, was zugesperrt ist? Soll ich aber mal die Tür anschauen, ob das auch so war? Ich guck mal, ob das die Türe war. Aber ich brauch trotzdem noch ne Telefonnummer. Ne. War das nicht. Weil da steht Steff. Ich drück so oft W doppelt oder D doppelt oder so. Und dann hüpft der immer so. Dann erschreckt's mich immer. Ohohohohohohoho. Tobi wirft mir Fäkalien! Okay, hier ist nix. Okay, hier ist nix. Hm. Wow, Hans hat nicht gewonnen. Yay! Okay, hier wird ja nix sein, oder? Hier waren wir ja schon. Das Rattenkiff, der in den Mülltonn hat ihn geschwächt. Glaub ich dir. Hast ihm eine heftige Dosis verabreicht. Er hat deswegen auch Magenschmerzen. Okay, also hier ist auch nix. Ich muss jetzt hier mal einmal Nervennahrung essen. Damit mein Hirn wieder durchblütet wird. Oh, Hans. Heute ist nicht dein Tag. Ah, das ist sicher diese Türe. Jetzt kommt mir welche Tür. Ich überlege die ganze Zeit. Hm. Welche Türe zugesperrt ist, wo man merkt, äh, wo man speichern kann. Oder auch nicht. Also hier ist keine Türe zugesperrt. Also hier ist das, was ich hier. Ich weiß nicht, wo diese Türe sein soll. Gehen wir nochmal hoch. Ich habe das Gefühl, jemand steht hinter der Tür. Oh Gott. Ah. Nein. Lady, ich kann Ihnen auch nicht helfen. Nein. 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 Eine Steinplatte, looks to be the left hall. Okay, irgendwas ist da eingraviert. Ich wusste es. Nachdem dort ein Stand, es scheint, als würde jemand hinter der Tür stehen, wusste ich schon. Alter. Weiß dich zusammen. Okay, warte mal. Ich mache es anders. Ich gehe mir jetzt mal mit der... Weil ich... Hans, Mann. Oh, nee. Oh, Grani. Dankeschön für die 25 Pillen. Und hallo, wie geht es dir? Oh, Mann. Macht es mich halt fertig. Erst vor, dann... Es, dann... Gut, äh ja, geht. Ging schon mal besser. Sagen wir es mal so. Oh. Oh. Ich sehe so angespannt aus. Ja, das liegt daran, dass ich wirklich mega angespannt bin. Das Spiel macht mir fertig. Echt jetzt. Also, ich kenne viele gute Horrorspiele, aber das ist hier gerade die Krönung. Für das, dass es auch noch von 2012 ist. Ah, okay, wir sind hier. Hm, hm. Wusste, dass da einer steht. So, und was mache ich jetzt? Stell mich jetzt hier hin. Dann droppe ich das. Nimm das. Kombiniere das. Nimm das wieder auf, oder? Ja. Hoppala. Und das ist wahrscheinlich die Telefonnummer. Boah, das Spiel, ey. Also, das Schlimmste war das im Wald. Das in der Kanalisation war auch brutal, aber das im Wald hat mich gerade so fertig gemacht. Oh, hier ist einer, der hört die ganze Zeit laut Musik. Das willst schon du sein. Oder nicht? Nee, das war kein schöner Waldspaziergang. Nee, ausnahmsweise, was ist nicht du? Okay. Ähm, 511. Äh, ich kann keine römischen Zahlen. Hm. 511 77816, oder? Stimmt das? 511 77816, oder? Vier. Nee, vier. Okay, stimmt. Okay, super, dankeschön. Hoppala. Okay. Äh, was? Äh, vier wäre es, glaube ich, wenn die, wenn... Nee, vier ist einfach nur vier, vier Striche, oder? Ah, genau. IV ist... Genau. Wo ist denn der Typ mit seinem Schild? Hä? Jetzt ist er wieder weg. Oh nein. Nochmal. Oh nein. Er ist weg. Okay, jetzt habe ich den Scheiß gebaut, oder? Oh, oh. Ich kann nicht mehr anrufen. Da wäre er gewesen. Oh, blöd. Ja, und jetzt? Oh nein. Was muss ich jetzt machen? Ich will nicht laden, oder? Wann habe ich gespeichert? Wann habe ich ihn gespeichert? Ich glaube, gerade eben, oder? Ja. Ich bin aus der Tür raus, habe gespeichert und bin hoch, oder? Ja. Okay. Shit. Alter, flieg halt hin. Ah, Mist. Also, noch mal. Der hat keinen Kopf, glaube ich. 4799. 4799. 4799. Dankeschön. Kann ich jetzt die Tafel wegschmeißen? Ja, oder? Ich brauche die ja nicht mehr. Ja, nö. Lass die mal hier. Ich glaube, die brauche ich nicht mehr. Danke, Niki. Okay. Okay, was kommt jetzt? Es kommt irgendwas Fieses. Jetzt kommt Spaß. Ja, ich sehe schon. So viel wie hier liegt kann nur Spaß kommen. Jetzt habe ich die Muni aufgehoben für die andere Waffe. Super. Oh nein. Oh! 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 Wo ist der? Was? Was? Okay, okay, okay. Ruhig, 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 ruhig. Oh, oh. Er, du, Drexel. Spass, Entschuldigung. Kognitive Therapie, okay. Well, it's a set of exercises you do, a way to forget the past, all the bad memories and anxiety you have. Are you interested in books, Simon? I don't know. Why? Alright, I just wanted to find out, because I want you to try out something. I want you to write a book, a book about how you feel. Do you think you can do that? I guess so. Oh mon dieu, was machst du da? Oh, voll die Akkus hat der. Chapter 7. Only safe at home. Oh yeah. Ah, tritt nochmal drauf, okay. 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 Ich muss die Spritze hier lassen, oder? Ja, die Waffe nehme ich nicht mit, ich habe hier die Pistol und aber ich brauche den Schlüssel. Ich benutze mal die Spritze, weil wenn wir sie eh hier lassen müssen. Zack, in unsere Ritzearme. Okay, und dann droppe ich die und nehme den Schlüssel mit. You got the backdoor key. Okay. Yeah.